So Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Megaman X und ja, ich hab mir beschlossen übrigens ein neues Gamepad zu holen, weil das geht ja nicht, was ich hier gerade so erlebe, dass es sich so allein bewegt. Ja, also ich muss jetzt mal ein paar Sachen abwählen. Ich habe einen neuen Ohrwurm und ich habe, ja, ich trinke noch einen Schluck von meinem Bier. Das könnte auch von Alexi Beksi stammen. Das ist Alexi Beksi? Verdammt, nein! Okay, ihr merkt es gerade, ich habe keinen Knopf gedrückt. Ja, also ich muss mir auf jeden Fall ein neues Gamepad holen. Ich habe auch noch nicht viel Bier in TUS, also noch nicht so viel. Auf jeden Fall, während der Einleitung... Hallo! Ein Traum, ein Traum. Okay, ich kümmere mich mal nicht drum. Wir spielen jetzt hier den Mario & Amadillo. Nein! Was habe ich jetzt gemacht? Okay, nochmal neu einfach. Egal, das ist nicht so tragisch so. Und mein Ohrwurm ist momentan. Ah, 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 I love little girls, they make me feel so good. Ah, ah, little girls, they make me feel so bad. Moment. Von Oingo Boingo, der tollsten Bände auf diesem Scheiß beim Licken. Gut, jetzt muss ich diesen... Ja, ich kann... Moment. Ja, jetzt klappt es. Okay. Ich glaube, ich habe den Fehler gefunden bei meinem... Ach du Schade. Oh Gott, ich brauche Reaktionsvermögen. Oh Gott! Okay, okay. What the ficken. Okay. Äh, so, so und so. Ah! Okay, äh, ich sollte mal nicht so abgedreht sein. Ein bisschen normaler reden und spielen, weil, ähm, ich merke... Ah, oh Gott! Nein, das ist jetzt kaputt. Habt ihr es gesehen? Ich konnte nicht nach links, der Drache nach links gehen, weil einfach mein Controller gestreikt hat. Gut, aber ist ja egal. What the f***. Okay, wir können jetzt ja schön... Ein Traum. Jetzt ist das Spiel... Ahahaha! Jetzt ist das Spiel Traum. Aha. Aha. Gut. Jetzt klappt es auch. Perfekt. Aber ich behalte es am besten mal. Ich glaube, der ist noch hinter mir her. Und bumm. Und bumm. Oh Gott, ich habe irgendein Fähigkeitswasser getrunken irgendwie. Oh, mhm. Nein. Okay. Oh Gott, ich bin gerade so aufgedreht. Ich bin gerade sowas von launisch. Ja, also, ich hatte vorhin bis vorhin wieder ein paar Internetprobleme, weswegen ich auch momentan, äh, eher wieder schlecht als recht hochladen kann. Ich probiere aber dann mein Bestes, um euch immer wieder in gewohnt, äh, leck mich, um gewohnt, in gewohnt, äh, naja, mehr oder weniger gewohnt haben an mir, hochzuladen. Und euch immer täglich was bieten zu können. Gut, saugeil. Hallo, Helmi. Ähm, ich hatte, glaube ich, schon mal erwähnt, dass ich eine, äh, Nachbarin habe, die Helmi heißt, oder? Habe ich das schon mal erwähnt gehabt? Wenn ja, dann wisst ihr das jetzt. Hallo, Helmi. Hm. 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 Aber ich glaube, ich werde, oh, hallo. Danke. Ich werde gerade ein bisschen übermütig, habe ich so ein Gefühl. Irgendwann wird einfach wieder eine ganz fiese Stelle kommen, weil ich so auch von sterbe. Okay, jetzt. Und, und, wupp. Okay. Kann ich den eigentlich umbringen? Ich frage mich das gerade. Okay. Okay. Aha. Moment, Moment. Aha. Aha. Ach so bekomme ich das. Okay. Da wäre ich nämlich vorhin gar nicht mehr rangekommen. Ich dachte nämlich gerade schon. Perfekt. Wir haben ein neues Herzteil. Ein Schöne Sache. Ich sag jetzt mal nicht. Nein. Oh Gott. Mirko, nicht schreien, ey. Ganz ehrlich. Ich habe jetzt keinen Bock zu schreien. Ich sehe es einfach nur kommen. Ich werde sowas von nicht schaffen. Ganz einfach. oh gott nein bitte nicht bitte nicht und und ja ja es läuft gerade alles so perfekt ich ich brauche gerade einen schluck leute warte oh nein zumindest war ja ich habe mir ein gamepad zur seite gelegt das wird jetzt wieder machen was es will moment so ein bier aufgemacht ein neues ja mach was du willst gamepad ich weiß nicht was die waffe gegen ist also weil ich habe ihn ja noch nie gesehen hallo so ich probiere es bei den cutter was macht er denn ja gut der wird überhaupt nicht treffen oh gott ich habe das stück nur noch null leben obwohl eins habe ich vorhin eingesammelt okay oh das sieht aber cool aus der hintergrund oh das gefällt mir aber okay mal sehen was du kannst show me your move okay okay das ist nicht die waffe spark ja ja megaman das war die steuerung ich konnte ja nicht nach links gehen ja so kann ich gut spielen ja 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 ist die waffe gegen ihn okay er hat einen panzer verloren habe ich so gefühl nein das war schlecht ich kann es noch mal neu machen weil meine waffe ist aufgebraucht ja das lag gerade wieder habt gesehen ich konnte mich teilweise gar nicht so in die richtung des gegners bewegen weil gamepad und so ja gut ich drücke gerade keine tasten es ist ja ich brauche ihn hallo ja so macht das spiel richtig spaß okay heißt ich muss den panzer mit einem schuss zerstören und dann eventuell okay ich habe auch herausgefunden wie eventuell das ding klappen soll also hier das war nein okay jetzt ist es schon mal kaputt nicht so gut moment kann ich nur einmal ja ne nein hallo nein oh gamepad meine gültige noch mal halt es macht keinen spaß so macht das spiel ich keinen spaß der ist ein arschloch okay okay wieso hat er so viel leben wieder ja ja aber mindestens okay ja das wird nix und okay er hat getroffen und noch mal nein wie viel leben noch sechs leben also stimmt ich wollte mich ja noch hoch ich habe ich habe zweimal umbringen lassen okay ich bin der coolste gegner auf diesem planeten in meinem kindergarten war ich immer der geilste die haben mich immer torben de master genannt alter ja ein traum na gut na gut machen wir ihn halt noch mal ich trinke noch einen schluck moment mal der hat doch jetzt noch seinen panzer an oder oh gott bitte lass die waffe noch einmal klappen bitte und dann auch mal bitte treffen lassen bitte gamepad lass mich jetzt nicht im stich oh gamepad bitte nicht bitte tu mir das jetzt nicht an bitte trifft auch in die richtung wo du hin treffen sollst ja das habe ich gemeint mhm gamepad ja wir verstehen uns schon nein neiiiin ey es macht einfach keinen spaß mehr ey es ist ein scheiß ja mein gott ist das ein kack was macht er jetzt what the fuck achso stimmt ja er hat ja noch sein schild an das macht dann tausend extra attacken die keine saison auf der welt berechnen kann ja 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 okay hab ja und der nimmt null schaden er nimmt einfach null schaden ein traum ein traum oh nein oh nein oh fucking nein what the fuck wie weise ich hier aus so jetzt einfach ah fuck nein okay ich muss es einfach lernen ich muss sein Muster lernen okay jaha mhm ja mindestens verdammt hör auf lass mich du ja schnapp schnapp schnappi okay nein nicht nochmal du triffst mich nicht und jetzt fuck die Bumskröte fuck und tot alter ich hau gerade alle nebenraus nur weil ich es ey es ist doch unfair wie unfair ist das spiel alter hallo hallo oh ficken was ein kack hallo bums fick alter ganz ehrlich alter bums die henne bums die einfach nur tot ey oh god oh god oh god oh god nein ha wow nein ich hab fuck okay ganz ehrlich Leute was ich jetzt mal mache gerade ähm ich mach mal grad ne Runde escape hallo moment es hat keinen Zweck ich mach ne Runde escapen mensch hallo met hallo was ist das warum geht das nicht ist das jetzt ein Witz halt oh mensch Steuerung okay ähm ich versuche mich grad mal ein bisschen zu beruhigen ich kann den also nicht oh man eventuell benutzt ich auch meinen E-Tank also mir wurde jetzt erklärt wie der geht einfach nur wenn er aufgeladen ist drauf drücken und jetzt nochmal ganz ganz logisch bitte und bap ja okay ein Treffer und bap okay ein Treffer nein oh fuck it ja na warum springst du denn nicht du kacke so ein kacke hallo es macht keinen Spaß es macht einfach keinen Spaß ja 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 finior ach fuck it boah mein Gott Fick dich ganz ehrlich so alter oh grad ist ein Knopf abgebrochen ist mir scheiß leck mich leck mich einfach ey leck mich ganz oh ja oh ja boah hab ich eine Lust auf das Spiel meine Lust das gerade nicht zu beendigen ey alter nee nee das streike ich jetzt auch lang ganz ehrlich alter mach mir nicht meinen Megaman kaputt alter alter Konami ey oder wer immer das spielt nee Capcom war das ne alter ey macht mir nicht meinen Megaman am Arsch ganz ehrlich alter seid mal nicht so alter oh no ich kann nicht warte ja boah euer Spiel macht so Spaß alter Capcom hattet ihr ne Langeweile boah ey alter jetzt aber jetzt aber komm und nein wieso klappt das nicht ich will benutzen ah aber es lädt nicht komplett auf fuck Moment das kann nicht wahr sein oh nein oh nein das kann jetzt bitte alles nicht wahr sein nein nein oh Gott ja okay oh Gott komm schon jetzt aber fick dich alter wenn der jetzt nicht klappt ne ich dreh durch ey ich schlag hier alles ein ganz ehrlich der klappt sowas von der wird so liegen ich sag es mir einfach grad nur ich sag es mir einfach grad nur ich mach mir Mut ich mach mir Mut ich mach mir Mut und es hat geklappt ja 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 fuck fuck that shit bitch fuck oh oh ich kann halt nix mehr sagen es ist gerade alles aus es ist gerade alles kaputt ich ich bin einfach nur kaputt ich bin fertig ich bin nicht fertig ich hab es nochmal geschafft oh Gott aber ohne 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 E-Tank wäre es tot gewesen ein reiner tot mal gucken ob ja ist abgebrochen es ist vom Gamepad abgebrochen aber egal ist nix schlimm ja passt wieder oh ja geht wirklich wieder drauf da bleibt also nur der Octi Alter ja ich muss mal ne Pause machen also jetzt jetzt spiele ich gleich ein bisschen mit Shea und Dead Island wir nehmen das ein bisschen auf und ich hoffe ihr freut euch drauf und boah hat doch noch ein gutes Ende genommen der Part ich dachte gerade schon okay dann bis zum nächsten Part tschüss euer Marco sagt tschüss nö